Wie ihr seht, haben die fünf kleinen Raupen die Reise von England bis zu mir nach Hause super überstanden. Ich bin schon gespannt, wie man sie beim Fressen und Verpuppen beobachten kann. Damit es ja auch die ganze Zeit und ich auch, wenn ich nicht da bin, im Nachhinein beobachten kann, versuche ich noch eben eine Webcam einzurichten.